und willkommen zurück zu einem neuen part crash wenn ich glaube hier kommt wieder ein boss kampf das letzte ich habe da nur leben auch nein nein ja ja schlecht gelaufen aber wir wissen wie es jetzt geht warum macht er seine tür kaputt was er springt noch ich habe er springt extra daneben wow oh ach menno nein hier springt er selber runter der ist super auch menno muss auf so vieles achten wow wow und tschüss hallo ich glaube er ist jetzt ist er wütend auch nein ja das war jetzt pech ja wieder game over ja ich habe es verstanden ich muss wieder leben hoch aber erstmal wollen wir dieses level schaffen so schwer ist das doch jetzt nicht wir haben es doch fast geschafft und tschüss und tschüss Bria waaa kann max das war knapp oh bye bye oh geschafft es glaubt wenn wir bei dem weltraum wo wir gerade vor den einpark waren es gibt was wie hoch geht das hier wir waren mal ganz unten genau genau achso hier das sind so Bonuslevel du mann wo man freischalten kann ah ok das sind hier Bonuslevel die man nach der Zeit gold freischalten mit hammer ok ok neues Level neues Glück ich finde das schön dass Levels immer anders aufsehen werden aber soweit habe ich glaube ich früher wo ich klein war und die Levels gezockt habe das Spiel noch nie gespielt Teil 3 habe ich sehr weit gespielt oh ne ja Das war klar. Wow. auch nein ja die levels sind immer schwerer auch verstanden nicht wahr sein Ja, war ich zu schnell? Ja. Ja. Okay, wir brauchen Leben. Och nö, ich gehe mal in ein Bonus Level. Und in diese Bonus Levels. Genau, wir gehen mal in ein Bonus Level. Mal schauen, da mal rein. Äh, holen wir ja. Oh, ist das jetzt einfach das gleiche? Jetzt mit den Eisbären. Wo wir auch das Level rot haben. Ne, das ist mehr ein Bonus Level. Äh. Wie bekommt man die Leben da? Ach so, ich habe verstanden. Das ist aber das nicht mehr. Ja, ich habe das nicht mehr. Los. 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 Oh. Was sind das jetzt, die Bonus-Label, oder was? Okay, das sind die aus dem Level. Okay. Okay. Ouch. Okay, hier ist auch so ein verborener Teil. Was? Dumm. Nein. Boah, das geht auch noch weiter. Geh weg. Och. Was war das? Schon wieder daneben gesprungen. Oh. 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 Jetzt geht's aus. Ja. Äh, okay. Muss ich das jetzt verstehen? Okay, wen habe ich jetzt da geholt? Näh. Okay, interessant. Okay, jetzt holen wir mal ein paar Lebe. Jetzt sterben wir ja oben nur noch. Okay, läuft das jetzt bei allen so? Hm, kommt in der anderen. Okay. 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 Das war's. Okay, da oben ist schon mal ein Leads. Yippee! Ach, das ist das Level. Ja, das war klar. Ja. Ja. Nein! Nein! Das war so klar. Was war das? Das war's. 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 Das hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Viel zu wenig Level in der Sammler. Ich melde mich beim nächsten Part wieder. Ciao! 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 Ciao!